Viel Spass mit dem nächsten Video! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 . 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 Du wählst aus über 100 verschiedenen Lernvideos deine Lieblingsstücke aus, von modern bis traditionell. Ich schenke dir jetzt einen kostenlosen Zugang zu unserem Schnupperkurs, wo du das erste Tempsel völlig umsonst lernen kannst. Weitere Infos findest du, wenn du unterhalb des Videos auf einen Link klickst. Ah ja, hast du keine Schweizer Örgeli? Das ist im Fall auch kein Problem. Wir vermieten diesen Schweizer Örgeli. Wir sehen uns in deiner ersten kostenlosen Schweizer Örgeli Stunde.